Hallo, hallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Teresa von Samydolls. In diesem Video will ich die Gewinne ankündigen für das Giveaway für die 5000 Abonnenten auf YouTube. Und zwar das blaue Sternenkind wurde von Susi L. gewonnen, das pinke Sternenkind von Sue B. Der Mädchenpuppenschnitt von Heike L. Und der jungen Puppenschnitt geht an Sarah M. Und alle Gewinner sind schon benachrichtigt worden. Und ich hoffe, euch gefallen eure Gewinne. Und das war so viel Spaß mit dem Rafflecopter-Giveaway. Ich hoffe, alle konnten teilnehmen. Ich glaube, es gab ein paar Probleme. Vielleicht werde ich mir nächstes Mal was anderes ausdenken für das nächste Giveaway. Hoffentlich kommt das nächste Giveaway bald, wenn alle schön das Video den Daumen hoch geben und den Kanal weiterhin abonnieren. Dann sind wir ja schon bald bei unserem nächsten Meilenstein. Und ja, das war's. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.